Ich hier Wuchachos und seid herzlich willkommen bei einem weiteren C-Game und diesmal spielen wir ja was ganz besonderes, aber erstmal kommen wir natürlich wieder zu dem Witz des Tages und da haben wir Was bekommt ein stummes, taubes und blindes Kind zu Weihnachten? Krebs Den fand ich schon ganz geil Okay, ich muss grinsen Das ist glaube ich der erste Witz, bei dem ich grinsen muss, weil er lustig ist So, wir spielen nämlich, also ich spiele jetzt erstmal so einen halb AP, halb Support Flash Mit Crit Playing, Gang Playing Ich höre nichts, ich höre nichts, ich höre nichts, ich höre nichts Achso, genau, Muchachos, hier nochmal ihr T-Shirt Und äh, Dose, Monster, Sponsor-Beat Oh, wie geil das ist, ey Ah, es gibt echt nichts Geileres Also das Geilste wirklich noch ist, ähm Eine Pfeife zu rauchen Und ähm, Monster Kaltes Monster Also eine Shisha Shisha meine ich dazu natürlich, ne? Nicht hier, was andere Däder denken Was ist denn verkehrt bei dir? Ob was gehst du denn eigentlich am Anfang? Ach, der hat da richtig schön 8% Critical Chance Insgesamt habe ich 8% Critical Chance Was, ey, du hast keine Crit-Ruhen drin? Nein Da keine, keine Gangplank-Ruhen What the fuck? Und du nennst dich Crit-Playing Gangplank? Alter, ich trete dir ins Gesicht, dann weißt du, was Crit-Gangplank ist Oh, auf jeden Fall Ich mache auf jeden Fall, glaube ich, meinen Soll ich mein Standard-Bild? Also meinen ganz alten Bild machen? Wer wäre? Ich bin eigentlich am Anfang immer auf, ähm Blade of Arvaries gegangen Von Blade of Arvaries auf Executioner's Calling Und dann, äh, zweimal den Crit-Umhang Zweimal, okay Ja, alter, weil OP-Crit und so, ne? Ja, als ihr weiter? Wir geben die Scheiß nochmal Ja, und dann, äh, habe ich den Film-T-Edge gebaut Und Phantom Dancer Damals war es denn sogar so Dass man mit Crit-Plank und ein bisschen Life-Rack Noch easy den, ähm, Baron machen kann Crit-Plank, Game-Plank, Crit-Plank, Game-Plank, Crit-Plank Gang-Plank, Gang-Plank Jawoll Crit 8% Crit Easy Calculated Ich brauche gar nicht mehr Aber das ist so, echt so ne Glücksartige gewesen Das ist einfach, das ist einfach Deko mit Gang-Plank Also ich dachte gerade Der weiß, wann er critten muss Ich mache jetzt einfach meine All-In und so hat es funktioniert Okay, warte, 1 Oh, warte, gleich kommt der nächste Scheiß Bist du bereit? Die Flashe in 1 2 Ah, nee, zu viele Minions Nee, es waren doch zu viele Minions So ein Find-E-Plank, denn Ich habe Bock, denn so ne Scheiße langzulaufen Wer braucht in der anderen, das ist ganz tief im Meer Crit-Plank, Gang-Plank Wer schießt dir in den Po und zwar sehr Oh mein Gott, that rhymes Wer schießt dir in den Po und das sowieso Wer, der muss auch rhyme Und wie wärs mal, wenn du auch ein bisschen da sind könntest Wir ja nicht Doch, weil die sterben noch an meinem Gift Du Choco-Kopf Maximum Damage Nicht Ich komme nicht an ihn ran Du Nein, ich konnte nicht ran, weil ich Oh, weil ich gestumpft war Dead Counter Weil du gestumpft warst Gestummelt Gestummelt Äh, zack, zack Zack Ich könnte jetzt Backyard und Blade of Avaris holen, was gar nicht so schlecht wäre Ja, wir kriegen gleich wahrscheinlich die Eule vollkommen in die Schnauze Aber den fahren musst du noch mit, ne Ey, weiter, ich wohne auch ein bisschen hier Ich muss auch von was leben So, jetzt ist es Back Echt, jetzt? Ja Ungern Ungern Es ist mir doch egal, was du gern hast Kriegst du was auf die Schnauze? Aber hauptsache noch zu mir laufen, ne, damit die Eulen schön abbreiten Cuckoo, cuckoo, oder die Rasen Oh, soll ich da bleiben jetzt? Ja, jetzt muss sie hier bleiben Ja, jetzt muss sie hier bleiben Und da hat es auch wieder gekrittelt, Alter Oh, fucking yeah Tja, wenn er so rumhampelt, da musst du halt damit rechnen, dass du es auf die Schnauze kriegst Fett als Schnauzen Diese Mad-Leist, naja, so halb Obwohl, ah, was versuchen? Ne, ich glaub, sie ist jetzt gecheckt Kannst du den noch rücken? Nein Schade Hätt ich den gehookt hinbekommen, dann wär's gar nicht gut Und, oh Warte Ich kann gleich flashen und dann mach ich den mega geil Aber niemand anders will, okay Ne, der Ruck, der war gerade scheiße, ne, ich treffe mich nicht So, jetzt hab ich sogar 1600, ey Oh, geil Nein Oh, oh Da ist er wieder, der Fiddle Ich hab kein Mana Achso, okay, ne, dann lass mal Nein Ey, das Jetzt gehen wir mal zurück, oder? Ja, komm mal weg von mir Warum Kräuterpenis? Ah, Moth fragt mich, warum Kräuterpenis? Achso, ich hab das ja bei Status geschrieben Ja, warum? Oh, das war jetzt Da war gerade das Wett Das war das Passwort von eben, von, äh, von dem Game Achso, okay Kräuterpenis Wir kommen schon da drauf Kräuterpenis ist cool So, ich geh jetzt richtig krass noch auf, ähm, AP Scheiße, ich brauch eigentlich Schuhe Nimm die Laterne, ja? Ich müsste auch Schuhe brauchen Nimm sie Nimm sie Nimm sie Nimm sie Nimm sie Nimm sie Ich müsste eigentlich auch Schuhe dingsn, aber ich hab jetzt Du hast keine Schuhe? Ja Nice Aber wie viel Prozent hast du jetzt? Die haben unseren Tower schon fast Äh, 33 hab ich jetzt WTF? 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 Ich mach gleich Flashen und dann sind wir durch Komm 3 2 1 1 0 Cargon Quacksilber Wer sitzt danach an, dann lass ganz tief hinher Ich hab jetzt auch geschnauschen und das war sehr Sporken Darf ich Flashen? Nein Dein Ernst? Das reicht nicht, oder? Weiß ich nicht Jawoll Oh fuck Oh fuck, wir sind im Arsch Was? Bist du im Arsch? Ja Warte ich komm noch Ja Nein Hauptsache ich werd von Aggressiv Folge Das hab ich verkackt, das hab ich auch nicht verkackt Und Matrix nudge Nein Komm Nein So knapp Boah schade Aber Akali hat doch kein bisschen reagiert, ne? Ich hab leider noch kein Ability, ey Warte ich Aggressiv hat mir jetzt zugeflaggt mit Zu dir meine Arbeit, du Harzer Ich schreibe zurück Brauch ich nicht Habe Youtube Money Money Fünf Euro im Monat? Wer das nur so wäre Aber warum hat die Akali gerade nicht reagiert? Null! Er schreibt sogar fünf Euro im Monat Woher weiß der das? Er weiß Bescheid, vielleicht hat er ja selber auch was Er kennt ja die, die kurse Er ist ja auch zu schreien mein lieber, konntier dich auf das Game Oh, da kommen zwei Leute. Oder müssen wir kämpfen? Nein, wir müssen abhauen. Ich hab dem Dissenden ganz schön geilen Crit gezogen. Ich muss sagen, die Akali hat den Set einfach mal richtig krass nicht unter Kontrolle. Der kommt hier vorbei, wie es gerade lustig ist. Immer schon Ausflug auf die Botlane. Das Problem mit der Power hat auch nichts davon gegeben. Naja, sie wird schon wissen, was sie macht. Auf jeden Fall haben wir eine richtig spaßige Botlane mit Gangplank und Thresh. Und wenn ja nicht die ganze Zeit so eine Party wäre, ich glaube, dann würde es auch noch viel, viel geiler ausgehen. Was geht bei dir denn schon wieder? Natürlich hast du das nicht gesehen, dass er sich hier vor den Bull stellt, zurückgelebt und dann einen Schritt nach vorne macht. Nein. Keiner Typ, Alter. Warum kommst du? Why? Okay, ich muss mehr warten. Das ist so wie bei Lee Sin, weißt, wenn Laterne da ist, wenn der Q trifft. Okay, jetzt halte ich ein bisschen mehr Ausschau in der Mitte. Geh schon mal vorbei. Oh! Nein! Jetzt hat ein Weh und nein, alles nicht gekostet. Jetzt kriegt er noch auf die Schnauze! Das ist ja immer Slowlife. Oh, ja! Gehst du weiter? Wieso? Akali muss... Nein, krieg ich nicht. Akali musst du doch nach hinten scheuchen. Ne. Wieso hat Akali nichts mehr gemacht, Alter? Die hätte sich nach hinten scheuchen können. Wie ist eigentlich meinet? Etwas, ähm... Klofrau, was ist los bei dir? Ähm, das weiß ich nicht. Ängstlich. Ängstlich trifft das ganz gut. Ängstlich, mängstlich. Ängstlich. 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 Schwenkstlich. Ich dachte, ich gehe jetzt nochmal zurück, um die Werte hinzugrippen. Das ist auch nochmal der Klassiker. Oh, Topland ist, äh... Vorunterwegs. Alles kein Problem hier, alles kein Problem. Warum machst du kein Damage? Ohhhh! Tower down mache. Oh mein Gott. Wir hätten nur... Hallo, Tower objectives! Vielleicht ein bisschen wichtiger fürs Team und so. Dann hätten wir sogar so bekommen danach. Kacko, Alter! Ja, komm! Nein, ich muss back. Ich bin Goal man. Keine Mann an. Looool! Oh, wie soll abhauen. Gebt mir weg! Wir Nerfs! Ach, come on! Come on! Come on baby! Come on, come on, baby! Light my fire! Come on baby, light my fire! Come on baby, light my fire! Das wird ja aggressiv. Jetzt hat er geschrieben, richtiges Opfer. Was ist los mit ihm? Was hast du für Leute in deiner Freundesliste? Ich dreh dir ins Gesicht. Wer aber nicht mehr weiter weiß, einfach ins Gesicht. Was ist denn los? Wie ich gefailt hab. Wie ich gefailt hab. Wie ich gefailt hab. Ich kann's mir gut vorstellen. Ey, du scheiß Lügner! Nein, es war... Also, ich bin absolut nicht abgehauen. Es war halt, äh... Falsch, Kelch. Vielleicht, dass er nicht stirbt. Ich dachte, ich hab noch mal gesagt, dass er nicht stirbt. Ich hab noch einen Tick, äh, Ignite über. Oh mein Gott, ey! Ich glaub, wir sollten jetzt wieder ein Savorino spielen, ne? Ich versuch schon die ganze Zeit safe zu spielen, aber... Weh nicht so ganz. Nee. Fahr mit so ein bisschen. Jetzt hat der Typ geschrieben, haha, du Opfer. Haha, du kommst nicht mal von deinem PC weg. Hahaha. Ja, Deko, ey, was soll das? Ich glaub, das liegt dann eher an dem Typen. Was denn? Wollt's ja gleich zum Training, ne? Ja. Ich komm mal, ich komm mal zu Hilfe. 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 Ja, aber du bist voll das Opfer, Junge. Ja, aber du weißt schon mal Bescheid. Ey, Lahn. Lahn Opfer. Du bist voll der Opfer, ja? Du bist voll der Opfer. Voll hat Zwie Opfer. Komm. Die schnappen wir uns jetzt, die Olle. Die schnappen wir uns jetzt. Oh. Kommt der Hook of Justice. Los, der muss da schon rausgehen. Also... Obwohl? Sie echt zu doof? Hier, äh... Felicity könnten wir jetzt. Wuhuuu! Alter, wie du den weggeschrippelt hast, ne? Pass auf, da kommen die Sinnen. Aber vielleicht können wir da noch was machen. Komm, den töten wir, den töten wir. Ja? Ja. Schade. Obwohl, der kommt dann auch noch hinter. Obwohl, der kommt dann auch noch hinter. Kann man das machen? Kann man das machen? Was machen? Oh, fuck, der ist it! Oh, fuck, der ist it! Oh, fuck, der ist it! Wup! They see me rollin! Quit! Quit of doing! Weiter geht's hier! Was? Ey, den hab ich noch mal getrennt. Das sah aus, als... Ja, sah aus, als hättest du getroffen. Hast du aber nicht. Schade. Den hab ich aber sowas noch getroffen. Ich geh schon mal vor. Come on, baby, light my fire! Nein! Oh fuck, da ist ja noch jemand! Meiner! Leider, 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 leider Dass du grade Jetzt besser Mach mal Oh Mann, das ist so geil. Ähm, ich gehe jetzt auf... Warte mal. Ability Power... Majors. Ja, perfekt. Dazu muss ich nur noch ein bisschen tankiger werden. In dein Gesicht geschossen. Ab jetzt brauche ich bitte Subs. Quit of Doom. Was für gut. Ich wusste gar nicht, dass Dicke so gut ist. Der ist auch nicht gut, der lässt sich einfach von mir suppen. Bei Crits muss man nicht gut sein. Ich supp ihn einfach nur perfekt hier. Dicke und gut. Was hab ich hier noch so trollig? Mit AP! Thresh. Mit Majors. Oh, schade. Ich glaube, so krass darf ich aber gar nicht trollig, weil es sieht eigentlich gar nicht so gut aus für unser Team. Stimmt echt nicht. Machen wir hier was? Kann ich hier gleich rüber? Ne, würde ich lassen. Wuh! Was würde ich lassen, Alter? Dude. Ich krieg den echt... Echt nicht? Zed hat mich ge... ...chugert. Ich sollte nicht nur so auf Schaden gehen, sondern langsam auch mal auf Rüstung. Aber erstmal muss ich den Infinity Edge fertig machen. Ganz ehrlich, ich dachte, den kriegen wir locker. Aber da kam... Ich hab gesagt, wir sollten da nicht reingehen. Es kam einfach kein Damage rum. Ich hab eigentlich irgendwie den Damage alleine gemacht. Ja, ich war ja tot. So bad! Der Verzog mit dem Team! 1,7 Sekunden. Was? Echt zu schnell? Okay. Ja, ich war ja nicht mal komplett voll und... Zed hat sein Ulti auf mich gezogen. Ja, Kali ist doch... Kali, was baust du denn? Stundenglas als erstes? Oh... Ist doch totaler Käse, was du da baust. Naja, okay, auch Zed jetzt... ...gegen Zed jetzt vielleicht nicht so... ...schlecht. You shall not pass! Bams, alter. Das crit, ey, das crit. Weiter geht's hier. Er hat einfach einen Misstep gemacht. Er ist nochmal ganz kurz stehen geblieben. Deswegen hab ich ihn nochmal bekommen. Ja, ich glaube... Ich würde gerne Blue aufholen. Shrek wäre jetzt gar nicht so blöd. Mach mal. Come on, baby, lick the fire. Wenn sie nochmal hochkommen würden, wären sie noch keiner. Kommen sie aber leider nicht. Ich hab jetzt meinen ersten Stack. Ich spiel's einfach krass sicher. Ich spiel's mega sicher. Hast du einen Mages geholt? Ja, ja. Geil. Das mit Thresh. Das mit Thresh! Teste! Ja, Thresh ist der perfekte Jam für Soul Sealer. Ja. Wollte ich eigentlich immer bauen auf ihm. Come on, baby, light my fire. Oh, können wir eigentlich was machen? Come on, baby, light my fire. Da. Just let go. Da. Schade! Da hat er sich einfach sein Schutzschill gemacht. Was geht bei dir? Ja, ich habe ein bisschen gepusht. Ich könnte noch weiter pushen. Genau, die brauchen deine Hilfe. Ja, ich kaufe jetzt eben Infinity Edge und dann komme ich. Dann gehe ich auf Rüstung. Wuh! Jawohl! Perfekt! Was? Boah, das war so nice von mir! Wow, diese Plays von mir! Diese Plays! Oh, jetzt muss man abhauen. Ja! Boom! Wuhu! Ey, ich habe erst mal Z weggefickt. Dann habe ich perfekte Ulti gemacht und alles. Und Perfekt und Mülle und Kekskuchen. Jetzt habe ich direkt 6-6 bekommen. Und es geht weiter! Ich habe gerade Solo-Vean weggebestückt. Hätte ich nicht gedacht, Alter. Fick mich! Ich muss einfach nur Vertrauen in dir haben. Vertrauen! Sehr stark in dir sein! Die Crit-Craft sehr stark in mir sein. Ich gehe gleich auf... Soll ich auf Randoins? Ich glaube Randoins ist besser. Ich bin gerade überlegen. Soll ich jetzt auf übergroßen Stab gehen? Soll ich wirklich so krass trollen? Ne, ne? Troll? Ich muss ein bisschen Leben haben. Deswegen Riesengürtel und... Zauberstapel! Also dann! Ah! Fiddle spielte nicht extra so schlecht. 0-6 hat er, ich glaube, er hat doch gerade eine nette Ulti gemacht. So schlecht war es sogar nicht. Ich hab jetzt tot. Versuch dir noch zu helfen Mit drei Leuten kommen wir extra hinterher, Alter What the fuck Nope Ey, diese Krits von Gameplaining sind einfach so perfekt geil Ja, das brennt immer so krass da rein Hier kommt Okay, mein Team ist mal wieder nicht da TEAM In diesem Fall kriegt ihr da oder was? Oh man, dein Ernst? Unterschützung von Gameplaining Wow Support für Papa Outplayed Und ich finde meine Stakes wachsen Noch gibt viel lustiges Geld Geld ist mir egal Ich brauche Stakes 4,3,8 Mit so einem komischen Stressbild Das habe ich noch nie gesehen So mit mir los Weiter geht's Oh ja, wer wir jetzt pushen können, das wäre zu Zucker Nein, fuck Der hat halt gewordet Nip Goose Nip Goose Mein Farm Doch nicht, okay Ich glaube, ich habe keinen einzigen Farm bekommen, Alter So ein bisschen fahren brauche ich jetzt auch Soll ich auf die Botlane kommen, oder? Ich komme hier nochmal Ich komme hier nochmal Red Buff ist da Ich passe hier mal auf Okay, wir sind nicht beim ready No, ich bin ready Okay Set ist da auch wieder Hier, Set Ich bin gerade noch am Red Buff Camp Ja, meet, oder? Ja, voll, schon wieder perfekt rausgezogen, den Set Perfekt Rausgezogen Den Set Den Set Oh ja, Blue Buff Und Flash Arena von Quiddle Middle Oh yeah Ich bin gerade richtig gut im Game Ich eröffne hier die Fights Ich picke die Leute raus So wie man es halt Fresh machen muss Und dann auch mit so einem YOLO-Igdon Ich brauche aber eigentlich Wards, ey Fuck Ich muss meine Tränke verkaufen Und Wards Ich brauche Geld Sonst holt sich ja keiner Wards Das ist immer das von mir Ich bin Crit Plank Ich gebe keine Wards für mich Spiel mal Wards Plank Was passiert da? Bei euch Action Oh fuck Ja, zwei werden sterben Was, hier hinkommt auch noch? Nice Null aufgestorben Ja Weil es geht ja dann rausgeflasht Trotzdem Keinen Kill bekommen Beziehungsweise keinen Kill gegeben So, jetzt hole ich mir Run-Ruins Ja, Set, Set, Set Lass Set umbringen Wup, Wup Der ist ihm immer den Sinn Den hole ich mir Immer wieder Und ich habe jetzt schon Zehn Stacks Und langsam mache ich auch Damage, glaube ich Dieser Deko Dieser Trash Ey, diese Crids sind einfach nur so Fucking Crank Ich bin jetzt am überlegen Ob ich Run-Ruins kaufen soll Oder ob ich mir Insta Irgendwas Damage-mäßiges hole Weißt du ja, wie's denn? Ich will mir erstmal Run-Ruins Und der Viddel? Damage wieder Damage ist wieder Next Ich will mir, glaube ich, jetzt Run-Ruins Nein, nein, nicht Run-Ruins Lass Whisper als nächstes Ich stehe wieder hier hin Nein, da war er noch abgemordet Wobei, ich brauche keine Rüstungsträgerung, oder? Weil eigentlich Crids, äh, durchzimmern auch die Rüstung Glaub ich schon, ja Was passiert hier? LOL Karsix hat, äh, ein Viernerlicht gesehen Der war direkt neben dir Hopi Der geht ab Einfach Random Hook Weiter geht's, weiter geht's Weiter geht's Jetzt rück ich diesen scheiß Pink-Wort hier Wo ist Madame Vain? Ach unten, aufpassen! You shall not pass! Oh mein Gott, es klappt doch jetzt sogar Warte, Tower Difen Warte, Tower Difen Okay, doch nichts, hier Wuh! Hehehe War ein bisschen zu obvious Ja, aber warte gleich nochmal Warte gleich nochmal Why do you slow me? Wuh! Ja, es reicht sogar Nein 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 Die Wain Hier, auf Viertel Ich geh jetzt unter den Tower einfach YOLO Ich unter die Tower YOLO Ich sag doch, ich mach hier die Plays Ich mach hier die Plays Ohhhh, wirklich so much Shade Ähhh, ja Einkauf hin Ohhhh Oh fuck Jetzt muss ich aufpassen Ohhhh Ich muss eh zu spät Wobei ich kann mir eine Blutdüste leisten Blutdüste hab, cool ich mir dann Blutdüste hab, cool ich mir dann Oh fuck, Alter, nicht da Take us on his way Don't die Ich darf nicht sterben Tut was? What the fuck, Alter Und krieg ich noch Jawohl, ich krieg dafür noch Subs Alta Der Damagio, den ich gemacht hab auf Auf, äh, Zed, Mann What the fuck, Alter What the fuck, Alter Ey, hast du den auch gedruckt? Ich ihn weggezogen hab, Mann Hm, ich geh jetzt halt Diese Kritz sind so geil Ich freu mich jedes Mal, wenn ich sehe, wie die Lebensleistung verschwindet So, Ability Power Fluch des Lichts Ja Fluch des Lichts Wurde Die Die Wie viel krieg ich eigentlich nochmal? 8 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 112 ability power habe ich recht, ja Ja Puh Ich hätte jetzt gerade die beiden Crits sehen sollen, einmal wie ich Z weggeschmuggelt hab und dann wie ich einen Crits auf Fädelsticke gezogen hab und der fast tot war Oh, what the fuck man Crits blank ist Das ist so zu kranker Damage Das stimmt, aber ihr kriegt auch richtig schnell auf die Fray Ja, wobei dafür hab ich jetzt gerade Ich mach ja schon OP-Damage Eigentlich kann ich jetzt komplett auf Tank gehen Was hast du eigentlich für eine Quilt-Op? Ok, Rando-Dienst hast du auch, das meint ihr natürlich schön tanky Unser Team kriegt auch viel Frayse Ihr braucht mich wieder Hoppala Ich brauch Geld Oh, ich scheiße, ich brauch Warts Oder Warts würde ich da so ein bisschen kacke Weil ich ja auch der einzige, wenn der Warts kauft Immer der einzige mit Warts Immer der einzige mit Warts Weil ich brauche die Warts für mäßig mäßig Huckerei Tank mal Da darf mein Tank Damage nicht nerven Nerv'n Äh, bobbeln! Einfach bobbeln! Bobbeln! Genau! Dass wir den, den äußern, äußersten Tool endlich haben WTF? Oh ja, hier können wir richtig geil durchpushen PUSH 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 Wohohoho! Dieser Damage! Wonts du denn hin? Alter, dieser Fack Enough! Aller, dieser... Aller weg schon? Äh, ja, wir haben sofort disseniert Oh, guck, 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 guck! Quack, guck, guck, guck! Oop! Ah, kein Crit Wo bist du denn? Ach, da bist du? Ich will jetzt einen Crit auf, auf Vayne ziehen Ja, wenn ich seh Aber die haut ab Huh, naja, die ist weg Ne, da Ach, schon wieder kein Crit Ah, schon wieder kein Crit Ey, jetzt habe ich der Wain da dreimal keinen Crit reingezogen. Oh fuck! Oh my god, ich überlebe! Ich überlebe! Why the fuck ziehe ich keine Crits gerade? Ich habe dreimal gerade am Stück auf die Wain keinen Crit gemacht, das kann doch nicht wahr sein. Jawoll, es läuft immer noch! Und das mit 45% Crit Chance. Trotzdem kein Crit. Seitdem ich mir einen Magiace geholt habe, bin ich noch keiner gestoppt. Ich bin nun gleich voll. Gleich bin ich komplett voll. Ich habe 3000 Kohle. Und schau zu, schaffe ich das noch! 20 Stacks mit Thrash. Was mache ich denn noch für Damage? Support AP Thrash mit Magiace. Das ist auf jeden Fall Next Level. Soll ich mit Trinity Force holen? Ja, warum nicht? Was ist denn los mit dem Muchachos? Flamen die sich gegenseitig oder nicht? Ich habe einfach mal 500, fast 500 MoVein Speed. So Dela, wir können glaube ich mal den Baron machen. Und ich habe ihn geflogen. Nein, ich kriege den Z. Ja, den Z nicht. Schade. Und deine Ulti? Hab ich schon. Magst du trotzdem mal kommen? Hier ist Snoke noch irgendwo. Ja da, okay. Okay. Ist es noch mehr oder ist es noch Doktor? Ja, Z war ja auch da. Vielleicht bleibt auch. Ne, besser. Zero Damage. Ja, hat leider sein Schild gemacht. Ja, dann chill ich hier. Hier! Wuhu! Er will es nicht verarschen? Oh fuck! Oh fuck! Wuhu! Oh, dieser Place! What the fuck! Was denkt der? Und da flasht er direkt weg. Da klauen sie mir den Penta hier. Das kann doch nicht wahr sein. Oh mein Gott! Du Schalenortfass! Ich hab die 20 Stigma gereicht! Aber es war kein Quadrat-Kick mehr für mich. Oh, mit Thresh läuft das gerade. Pinto! Oh! Und? Crit! Crit! Check it out, man! Check it out! Oh nein! Ich bin tot! Nein! Meine Sticks! Sieben Dinger verloren! Jetzt gehe ich auf Tank. Jetzt reicht es mir. Z, du hast mir jetzt die Stimmung versaut hier. Dein Team hat eine Turret. Ein Fehl wurde geschlagen. Da war ich einmal greedy. Da war ich meine 20 Stackser weiter und schon krieg ich auch die Schnauze. Das merkt man immer wieder. Man darf bei diesem Spiel einfach nicht greedy werden. Wo ist der Damage Deko? Da ist er! Wen? Weiter! Du hilf! Nicer! Ich glaube, das war es jetzt! Muchachos! Der Mitch von Crit Plank ist so crass. Das war AP Support Thresh mit Majors. Ich hatte 20 Stacks, jetzt sind es nur leider noch 13. Und Deko, der ultimative Schaden gemacht hat mit seinem Crit Plank. Wir haben Ende das hier erstmal, ne? Warte! 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 Also! Schönen Tag noch! Weihnachten!